Hallo, da sind wir wieder. Hier ist Herr Björn vom LSMPD und wir spielen natürlich Prince of Persia in der neuen Aufnahme. Guck mal, da kommen wir gar nicht hin. Wir müssen erstmal noch mehr Bubble einsammeln. Guck mal hier, da gehen wir mal hin. 14 von 45 haben wir da eingesammelt. Und da müssen wir langen. Ah, das sagst du doch nur so. Ja, achte du mal lieber auf den Sprung. Wer schreit? Ähm, ach da schreit einer. Einfach mal so. Gut, da sind Lichtkeime. In welche Richtung wollen wir? Da müssen wir hin. Na, dein Wort in Gottes Gehörgang. Der Soundtrack erinnert mich immer so ein bisschen an, äh, John Williams, ähm, Indiana Jones und, äh, der letzte Kreuzzug. Guck mal, was wir hier noch alles einsammeln müssen. Wer ist denn hier durchgelaufen und hat nix eingesammelt? Der kriegt aber keinen Nachtisch. Guck mal, zwei. Ganz einfach zu erreichen. Ähm, ja. Und dann Sackgasse. So. Und wenn wir dann hier schon mal sowieso unterwegs sind, dann... Ja, das war mit B drücken. Habe ich schon erzählt, dass, äh, der B-Knopf an meinem Controller so ein bisschen kaputt ist. Einfach nur als Alterserscheinung. So, ähm, von hier aus kommen wir aber nicht nach unten, ne? Ach, guck mal, da doch. Da können wir uns festhalten. Das geht wunderbar. Und dann geht's hier gleich weiter. Was ich so interessant finde, und das muss ich, äh, einfach mal dem Level-Designer, äh, zugutehalten. Du kommst überall runter und du kommst überall rauf. Das finde ich großartig. Also nicht überall runter und überall rauf, aber du kommst wenigstens, ähm, wenn du irgendwo runterfährst, kommst du auch irgendwo rauf. Es gibt keine Sackgassen. Ah, dankeschön. So, wir klettern mal nach ganz oben. Aber sie will nicht auf der gleichen Seite sein wie wir, ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Guck mal hier, jetzt haben wir hier noch was. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ich mach das ja hier auch nicht aus Jux und Dollerei. Sondern, so, äh, hier gibt's auch nix mehr. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Tatsache. Es gibt keine Sackgassen. Natürlich. Ach, da müssen wir wieder hoch. Gut. So. Lauf, 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 lauf. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Ja. Nicht daneben springen vielleicht. Und hier können wir wieder hoch. Ähm, kommen wir hier jetzt weiter, oder? Guck mal, da ist doch einer. Wieso kommen wir denn zu dem nicht? Hin. Und her. So. Ach, der ist da hinten. Wir müssen hier wahrscheinlich rechts rum, ne? Na, wer hätte denn das gedacht? Ähm. Na, wenn wir sie nicht hätten, das wäre ja schon ein bisschen traurig. So. Aber, äh, ach, guck mal hier. Und hier geht's noch weiter runter. 322 haben wir. Schwuppdiwupp dich haben wir. Okay, da kommen wir nicht hoch. Okay, wir müssen also hier wieder auf die Plattform. Ach so, hier kommen wir ja. Gibt's hier noch was zu holen? Ja, natürlich. Hier hätten wir auch hochgehen können. Hm. So, jetzt müssen wir hier lang. Und schwupp, schwupp. Und drauf. Ah, ich find dieses Spiel immer wieder schön. So, hier kommen wir aber nirgendwo hin, ne? Wie kommen wir denn da hin? Uh. Oh. Da kommen wir nur hin, falls wir irgendwo runterfallen. Ähm. So, wir müssen jetzt irgendwo hin. Ich glaube, wir gehen mal wieder hier hoch. Und klettern mal ganz nach oben. Weil da oben war noch irgendwie eine Plattform. Mit der sind wir, äh, könnten wir ja durch die Gegend, äh, fliegen. Okay, das war einfach nur Blödsinn gemacht. So. Ach, da hinten ist die. Da hinten ist sie, die ich meine. Hier. Jep. Aua. So, hier einmal hoch, bitteschön. Danke sehr. Ach, die ist gar nicht an. Was für eine Frechheit. Dann gehen wir hier lang. Oh. Okay. Oh, da ist aber ganz knapp gewesen. Aber was tut man nicht alles für so einen leuchtenden Bubble? Ach, ich meine, er hat keine Chance. Natürlich nicht. Wenn Elika immer wieder die, äh, Zeit anhalten kann. Und zurückdrehen kann. Als wäre nichts passiert. Da will ich jetzt eigentlich aber gar nicht hin. Wo sind wir jetzt hier? Was haben wir? Wie viel haben wir denn hier? 32 von 45. Wir sind da immer noch ewig von entfernt. Alle zu haben. Ähm. Wo müssen wir hin? Ah, wir müssen wieder zurück. Weil wir müssen ja noch Lichtkeime einsammeln. Und das... So, den hier zum Beispiel. Und da oben sind auch noch welche. Da müssen wir wahrscheinlich fliegend hin. Ja, da sind wir wirklich mal eine Lightshow. Das ist auch ein Light-Let's Play. Das hat er doch nicht so angepisst. Guck mal hier. Da müssen wir hin. So. Guck mal, da unten ist noch einer. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wie kommen wir denn zu dem hin? Ach, warte mal. Kommen wir vielleicht über den hier dahin? Nee. Sieht nicht so aus. Wie kommen wir denn zu dem? Offensichtlich so. Da müssen wir lang. Geh doch mal aus dem Weg. Illika. Jetzt mal Butter bei die Fische. Guck mal, hier ist auch noch einer. Und schon haben wir 329 von 340. Entschuldigung, 330 von 340. Haben wir hier unten noch welche? Die Kamera ist manchmal so ein bisschen störrisch. Ähm, wo wollen wir lang? Da hoch. Naja. Ich will das mal einfach ungesehen glauben. Hier lang. Aber ich finde das schön, dass er sie da trägt. Ach, weil er Handschuhe hat und, und, äh, Schuhe. Sandalen. Und sie hat ja gar nichts an den Füßen und an den Händen. Deswegen darf sie hier nicht bei dem, äh... Ach doch, jetzt kann sie sich da aber schon festhalten. Hm. Ja. So eine tolle Theorie und dann gleich wieder für den Arsch. So. Ah, da müssen wir langen. Okay. Nee. Du stöhnen mal hier nicht rum. So, sind wir hier? Okay. Da müssen wir hin. Die Frage ist bloß... Wo sind Lichtkeime? Und geht's weiter in die Richtung? Okay. Hier sollen wir nach oben? Ich weiß ja nicht. Ah, ich bin immer ein Freund von, äh... Okay. Wo komme ich denn jetzt hier lang? Wieso komme ich denn da nicht hoch? Hm. Merkwürdig. Hier komme ich aber nirgendwo hin, oder? Okay. Okay, hier komme ich doch irgendwo hin, aber... Eigentlich nicht da hin, wohin ich wollte. Naja. Muss ja auch nicht immer so laufen, wie ich mir das vorstelle. Guck mal, hier oben sind wieder Böbel. Musik dreht richtig auf, weil... Donnerstag? Okay. Ähm... Ich wollte eigentlich rüberspringen. Hm. Das geht nicht. Ja, dankeschön. Ähm... Ach, guck mal, hier unten kommt man vielleicht lang. Aber wahrscheinlich auch nicht... Ach, oder da oben. Ja, da oben wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, ne? So... 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 Ne, das ist ja wohl... Da geht ja noch mit Schwerkraft. Ich glaube, ich glaube, die Schwerkraft selbst hat auch noch nie jemanden getötet. Das war immer die Kollision mit irgendetwas, äh, Hartem am Ende. Da möchte ich gerne hin. Kann ich denn hier so rüberspringen? Boah, das war aber richtig knapp. Ähm... Hier ist nix, aber da sind ganz viele. Die Frage ist bloß, wie kommen wir da hin? Hm. Von hier aus ja so ziemlich gar nicht. Aber richtig breit. Ähm... Ja, dann müssen wir wahrscheinlich doch den Weg hier nehmen. So, hier ist ja alles, äh, jetzt hübsch. Wie kommen wir denn da hinten hin? Ähm... Wie kommen wir, äh, weiter? Okay. Hier können wir nirgendwo runter. Hier könnten wir vielleicht höchstens... Ja, aber hier können wir nur runter. Okay, warte, dann brauchen wir doch was anderes. Was haben wir denn hier? Wie viele? 26 von 45. 9 von 45. Dann gehen wir mal da hin. Und dann lassen wir uns mal hier ganz runter. Uh, er hat sie galant aufgeh... äh, fangen. Da willst du lang. Na gut. Dann machen wir das mal. rüber, runter, rauf und, äh, links und rechts und schon bist du da. Ah, sehr schön. Ähm, achso, nach oben müssen wir. Und jetzt machen wir eine Folgenpause. Bis gleich. Tschüss.